Hi, in meinem heutigen Video zeige ich euch, was ihr alles mit Ballons machen könnt. Das sind ziemlich coole Lifehacks, aber auch so ein paar Tricks, die ihr nachmachen könnt. Und ich habe noch eine Neuigkeit für euch. Und zwar, wie ihr wisst, habe ich ja ein eigenes kostenloses Online-Magazin. Und so sieht die aktuelle Ausgabe aus. Ich verlinke es euch natürlich auch in der Infobox. Da findet ihr dann auch den direkten Link zum Magazin. Da könnt ihr dann auch einfach draufklicken und ja, seid direkt schon da. Unter anderem geht es in dieser Ausgabe einmal um meine Nägel. Da haben nämlich ganz, ganz viele nachgefragt, ob ich mal dazu was machen könnte. Ihr findet dort auch ein sehr cooles und einfaches Halloween-Tutorial. Ein paar Inspirationen, was Frisuren angeht und noch viele weitere sehr, sehr coole Themen. Und wie gesagt, der Link ist in der Infobox direkt ganz oben. Ihr könnt da einfach draufklicken und es ist, wie gesagt, wie immer kostenlos. Und weil ich jetzt schon genug geredet habe, fangen wir direkt mit dem Video an. Wir starten mit einem sehr coolen Trick, den definitiv jeder nachmachen kann. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist euch einen Ballon zu schnappen. Den müsst ihr dann aufpusten und dann müsst ihr ihn elektrisieren. Also einfach an den Haaren reiben und dann könnt ihr euren Wasserhahn auftreten und den Ballon gegen den Wasserstrahl halten. Und dann seht ihr ja gerade selbst, was dann passiert. Das ist auf jeden Fall sehr cool und ja, ist auf jeden Fall ganz interessant, so was mal selber nachzumachen. Und man kann auf jeden Fall seine Freunde damit begeistern, wenn die diesen Trick noch nicht kennen. Ihr könnt euch einen Stressball super leicht zu Hause selber machen. Und zwar müsst ihr euch dafür erstmal einen Ballon schnappen. Ihr könnt ihn auch einmal aufpusten, damit er sich so ein bisschen ausdehnt. Das ist auch immer ganz hilfreich allgemein für alle Tipps und Tricks und Hacks, die in diesem Video vorkommen. Und dann müsst ihr euch einen Trichter schnappen und diesen Ballon mit Reis befüllen. Der Ballon sollte so weit mit Reis gefüllt sein, dass er gut in die Hand passt. Und dann müsst ihr den Ballon zuknoten. Das Ende könnt ihr dann einfach abschneiden. Und dann müsst ihr euch einen zweiten Ballon schnappen. Den könnt ihr dann auch erstmal aufpusten, damit er sich ausdehnt. Müsst ihr aber nicht machen, nur falls es dann für euch einfacher geht. Und dann müsst ihr das Mundstück einmal abschneiden. Und dann den Rest vom Ballon über euren halbfertigen Stressball drüberziehen. So könnt ihr auch sicher sein, dass das Ding hält und dass das nicht so kaputt geht und dann überall Reis liegt. Weil das wäre nicht so gut. Und dann ist auch schon euer Stressball fertig. Das geht super schnell und ich denke, diese Sachen wird auch jeder zu Hause haben und kann dieses DIY nachmachen. Den nächsten Hack finde ich auch wirklich sehr cool. Und zwar könnt ihr eure Luftballons auch verwenden, um Sachen zu dekorieren. Ich habe jetzt einfach einen rosa Luftballon genommen. Und dann habe ich mir meinen Pinselhalter geschnappt. Und dann diesen rosa Luftballon einfach einmal um den Pinselhalter drum gelegt und dann am Ende zugeknotet. Und so sah das Ganze dann aus. Ihr könnt das dann auch ein bisschen zurecht zupfen. Eben so, dass es euch gefällt. Und das sieht wirklich sehr süß aus. Und da kann man natürlich auch komplett variieren. Ihr könnt das theoretisch um alles rumbinden, was ihr wollt und was ihr dekorieren möchtet. Und ich finde diesen Hack auch sehr praktisch. Und ja, ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Wusstet ihr, dass man aus Ballons auch sehr einfach und schnell Kühlpads machen kann? Das Einzige, was ihr dafür braucht, sind natürlich erstmal Ballons. Und die müsst ihr dann mit Wasser befüllen. Das geht auch sehr einfach und schnell. Und ist auch wahnsinnig unkompliziert. Dann müsst ihr den Ballon zuknoten. Und den müsst ihr dann einfach in eure Tiefkühltruhe legen für ungefähr zwei Stunden oder je nachdem. Und dann habt ihr auch schon euer Kühlpadsch. Und das könnt ihr dann verwenden, wofür auch immer ihr Bock habt. Und es ist eben auch sehr günstig und einfach sowas dann selber zu machen. Dieses DIY musst du unbedingt in dieses Video, weil das einfach eine der coolsten Sachen ist, die es gibt. Und zwar braucht ihr dafür erstmal zwei aufgeblasene Luftballons und ihr braucht Schokolade. Die müsst ihr dann einmal schmelzen und danach in eine kleine Schüssel tun. Dann könnt ihr die Ballons in diese Schüssel tunken. Einfach so leicht mit dem oberen Teil und danach auf einen Teller legen. Das Ganze sieht dann so aus, wie ihr es auch schon gerade in den Einblendungen seht. Und das stellt ihr dann in den Kühlschrank, lasst das Ganze aushärten. Und dann könnt ihr die Luftballons platzen lassen und habt dann so ganz coole Schokoschalen. Da könnt ihr jetzt reinmachen, was immer ihr möchtet. Was sich richtig gut anbietet, ist einfach so ein paar Kugeln Eis in diese kleinen Schältchen zu machen. Und das sieht erstens sehr gut aus. Zweitens kann man das Schältchen dann eben mitessen. Und drittens ist es einfach mal was Außergewöhnliches. Und das hat definitiv nicht jeder. Deswegen, ja, macht das einfach mal nach. Es lohnt sich. Jetzt geht es weiter mit einem anderen sehr coolen Trick. Und zwar braucht man dafür erstmal Reißzwecken und natürlich auch einen Ballon. Und man denkt natürlich zuerst, dass wenn man einen Ballon auf Reißzwecken legt, dass er dann zerplatzt. Wenn ihr allerdings viele Reißzwecken auf einen Tisch legt und dann den Ballon drauf drückt, beziehungsweise einfach drauf legt, dann zerplatzt er nicht. Weil einfach durch die vielen Reißzwecken dann eine Art Fläche entsteht, auf der er eben nicht zerplatzt und nicht direkt kaputtgepiekst wird. Und das ist ein cooler Trick, den ihr mal vor euren Freunden vormachen könnt, wenn sie den noch nicht kennen. Und ja, dann finden sie es eventuell cool, was ihr da gemacht habt. Eine andere Sache, die ihr mit Luftballons machen könnt, ist euch erstmal eine Münze zu schnappen. Es ist eigentlich völlig egal, was für eine Münze ihr nehmt. Ich habe jetzt ein 50 Cent Stück genommen. Dann braucht ihr natürlich wieder einen Luftballon. Den könnt ihr diesmal erstmal aufpusten, damit er etwas gedehnter ist. Das bietet sich an dieser Stelle doch tatsächlich an, weil bei einer 50 Cent Münze klappt es ansonsten nicht ganz so gut. Und die müsst ihr dann einfach in den Luftballon reinschieben und dann den Ballon noch einmal aufpusten. Ihr solltet an dieser Stelle natürlich aufpassen, dass ihr nicht auf irgendeine Art und Weise diese Münze wieder verschluckt. Also passt da ein bisschen auf und wenn ihr sehr jung seid, dann lasst vielleicht diesen Trick weg. Ihr solltet auf jeden Fall schon ein bisschen vorsichtig sein. Und dann könnt ihr euren Luftballon wieder zuknoten. Und dann müsst ihr einfach den Luftballon so schnell drehen bzw. schütteln. Und dann fängt die Münze an, sich in den Ballon ganz, ganz schnell im Kreis zu drehen. Und das sieht ganz cool aus. Und es macht auf jeden Fall auch Spaß, diese Münze zum Drehen zu bringen. Vergesst auf jeden Fall nicht, bei meinem Magazin vorbeizuschauen. Wie gesagt, der Link ist direkt oben in der Infobox. Und ihr solltet auf jeden Fall bei den beiden Videos hier vorbeischauen. Und zwar habe ich hier einmal einen riesigen DM-Haul. Und hier drunter findet ihr ein Video zum Thema Zaubertricks. Hier könnt ihr mich abonnieren. Und hier sind meine Social Media Seiten. Und ich wünsche euch dann noch einen sehr, sehr schönen Tag. Bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!